Miteinander erreichen wir viel mehr als gegeneinander. Zusammenkommen, wo man sich austauscht, wo man Dialoge führt, auch mal ein Streitgespräch, solange er respektvoll und fair verläuft, der öffentliche Raum gehört uns allen. Und da hoffe ich, dass wir da echt ein richtiges Vorteigeprojekt gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern umsetzen können. Es war ein Kampf, die Verkehrswende einzuleiten in Baden-Württemberg, aber wir sind erst am Anfang. Du siehst heute keinen Platz mehr. Du siehst nur noch Autos und Kreuzungen. Und das ist, glaube ich, die allergrößte Herausforderung, das umzubauen. Dann eben auch eine neue Form von Gemeinschaft, aber auch von Identität. Was für eine Stadt wollen wir? In welcher Stadt wollen wir leben? Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wirklich zu analysieren, zu denken, zu planen. Wie kommt das Neue in die Welt? Es kommt eben über die Künste auch in die Welt. Und durch diesen Austausch lernen wir auch so viel dazu und erfahren wir so viel mehr. Dieses Motto, wachsen wir bei uns hinaus, das ist ja ein Appell einerseits an unseren Zusammenhalt, aber andererseits eben auch eine Ermutigung. Den Tüftlergeist, die Kreativität, die Innovationskraft, die Ingenieurskunst. Also ich glaube, wir können wirklich alle Herausforderungen, die vor uns liegen, gut bewältigen, auch wenn die wirklich groß sind. Mit Mut und Zuversicht geht alles besser. Bis zum nächsten Mal.